Im Jahr 2007 zog die Lindauer Firma Baas in dieses ehemalige Bahngebäude auf dem Areal des Hauptbahnhofs. In der Folgezeit klagten Mitarbeiter über Kopfschmerzen, Übelkeit, Hautreizungen und Herzrasen. Unternehmer Michael Baas konnte die Ursache nicht herausfinden. Ich war bei sämtlichen Ärzten, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Internist, Allgemeinarzt und alle haben mich als sehr gesund bezeichnet. Und mir ging es aber immer schlecht, vor allem nachts und auch während des Aufenthalts in den Räumen. Aber ich habe keinen Zusammenhang gewusst oder gefunden. Mir war das nicht klar, dass es mit den Räumen zusammenhängt. Dass diese Balken mit hochgiftigen Holzschutzmitteln behandelt sein könnten, das ahnte er zunächst nicht. Erst Anfang dieses Jahres wurde er auf die Idee gebracht, ein Gutachten über mögliche Giftstoffe im Gebäude machen zu lassen. Der Anstoß dafür war ein Besuch eines Architekten bei uns im Februar dieses Jahres, der das wohl bemerkt hat. Der da auch sehr sensibel reagiert hat auf den Geruch und auf die, hat er also auch Wirkungen gezeigt. Und hat gesagt, hier stimmt was nicht. Und aufgrund dessen haben wir ein Gutachten anfertigen lassen. Und zwar zuerst ein Staubgutachten, welches wir dann im April auch bekommen haben und welches dann auch gezeigt hat, dass eben Giftstoffe in den Räumen sind. PCB, PCP, Permethrin. Gleich eine ganze Liste hochgiftiger Substanzen wurde gefunden. Sie dünsten mutmaßlich aus dem alten Holz aus. Ob sie auch aus dem neuen Lack und dem Laminat stammen könnten, mit dem Bas die Räume renoviert hatte, das ist noch unklar. Bekannt ist, dass sich im Erdgeschoss früher ein Tanklager befand. Es ist daher belastet und nur als Lagerraum geeignet. Und was ist mit dem Boden des öffentlich zugängigen Bahngeländes? Auch hier rein könnten Giftstoffe eingedrungen sein. Das gilt es ja jetzt herauszufinden, wie stark ist das Ganze kontaminiert, welche Gifte sind dort vorhanden. Im Sommer, wenn es heiß wird, wie stark gast das Ganze aus. Und ist es wirklich auch geeignet, dass hier kleine Kinder spielen und dass eben Kinder in Berührung kommen mit diesem kontaminierten Boden. Die Antworten stecken möglicherweise in einer 2009 von der Bahn angestellten Studie, die bisher nur intern Verwendung fand. In einer Pressemitteilung geschwichtigt die Bahn, was den Inhalt der Studie angeht. Die Deutsche Bahn weist die Behauptung zurück, wonach der Lindauer Hauptbahnhof schadstoffbelastet sei. Für die Reisenden im Bahnhof besteht kein Anlass zur Besorgnis. Und weiter? Bei der aktuellen Diskussion um die Bodenbelastung handelt es sich um Bahnflächen neben dem Lindauer Hauptbahnhof. Nach den Untersuchungen, die der DB vorliegen, besteht keine Gefährdung durch das Betreten und die ordnungsgemäße Nutzung der frei zugänglichen umliegenden Flächen. Wie belastet das Bahngelände wirklich ist, das will man im Landratsamt jetzt genau wissen. Landrat Elmar Stegmann gab bekannt, die Bahn werde ihm die Studie bis Ende der Woche zur Verfügung stellen. Außerdem hat er eine Bodenuntersuchung durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten angeordnet. Michael Baas hat damit einen Etappensieg erreicht. Ich will eigentlich das erreichen, was zum Teil jetzt schon passiert ist, dass man uns einfach mal zuhört. Was mich sehr freut, auch nach dem gestrigen Tag, war natürlich, dass der Landrat, die Stadt Lindau und auch die Bahn jetzt Aufklärung will. Jetzt auch Gutachten gemacht werden und ich hoffe natürlich, dass das Ganze aufgeklärt wird und dass man dann, je nachdem, wie stark die Gefährdung ist, dann auch die Konsequenzen sieht. Diese Überlegungen spielen auch deshalb eine wichtige Rolle, weil das Bahngelände in Zukunft neu genutzt werden soll. Die Bahn will die Fläche dafür verkaufen. Sollten die Flächen sanierungsbedürftig sein, dann würde das den Kaufpreis sicher beeinflussen. So ist davon auszugehen, dass das Thema in Lindau noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird.